Wo sind er? Ich seh den gar nicht mehr. Ach, da hinten. Hier. Sag mal. Kollege, bist du denn ansprechbar? Oder hast du dir gerade eine durchgefiffen? Ey! Sag mal, Leute. John, wie war dein Name? Struppi. Kannst du doch nicht machen. Ey, Struppi ist gar nicht am Lenker. Ich dachte, ihr wollt jetzt fahren damit. Du kannst auch gerne mit meiner Karre fahren. Ja, wir wollen mit dir fahren. Da wäre einer fahren, ansonsten fahre ich wieder. Ja, weil du fährst. Fandet ihr das witzig, oder wie? Ja, das war der typische Barber. Wenn ich eine Klippe runterfahre, findet ihr das auch witzig? Ja. Ja, sicher? Ey, komm, probieren wir doch mal die... Oh. Ja, äh, äh? Angst gehabt? Angst gehabt? Ja, so läuft das hier bei mir. Du kommst jetzt wieder hoch. Hast aber rechtzeitig noch gebremst, ne? Das habe ich schon so oft gemacht. Ja, alles in Ordnung. Sie können gerne weiterfahren. Entschuldigung, ich, äh, bin kurz eingeschlafen. Äh, w-wieso? Da wacht man auf und man ist irgendwie... Ja, gut, das Ding klemmt jetzt. Wir holen uns einen neuen Lader. Ist alles okay. Ähm, meint ihr, wir leihen den irgendwo, oder? Ich kaufe mir einfach einen neuen, die sind ja billig. Was wir aber machen könnten, bevor wir jetzt, ähm... Okay, das Auto ist weg. Ich bin auch fast tot. Wieso, wieso sterbt ihr? Was ist denn mit euch los? Ja, Polizei, Hilfe! Gehen Sie da mal hoch. Ihr müsst hier springen. Oh, ne. Moment, Moment, Moment. Doch, springen. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh, einer hat es rüber geschafft. Aber nicht mehr lebendig. Komm her. Komm her. Struppi. Was ist mit Struppi los? Uppi. Nein. 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 Der Franzose, nicht der Franzose. Oh nein, ich werde sterben. Ich rufe mir nicht. Franzose, Franzose ist... Es wird alles gut. Oh Gott. Du wirst jetzt zu Struppi kommen, wahrscheinlich. Struppi ist auch hier leider tot. Tom, sag meiner Frau, ich habe sie geliebt. Das sah aber ganz schön blutig aus. Ich habe nicht mehr den Kruppi hoch. Okay, soll... Ne, lass einmal fahren, bitte. Ne, wir müssen hier abhauen. Den können wir nicht mehr retten. Da unten schwimmt der. Er schwimmt? Ja, der da unten. Oh, ich sehe ihn. Der wird... Der arme Franzose, Mann. Ja, haben wir denn jetzt einen Einsatzheli? Schnell. Wir brauchen einen Einsatzheli. Wie heißt denn der Ort hier? Okay, ich habe die Sannis nochmal angeschrieben. Ist der noch da? Oh. Tom? Tom? Er hört... Er kann nicht schrumpfen, da lass da. Bist du Tom? Tom? Du rutschst gleich ab. Ich bin nicht Tom. Oh, der ist tot. Oh. Er hat Kisten-Syndrom. Kisten. Oh, Mann. Wie ist dein Name? Adi. Ich kann kurz nochmal mehr den kuchen, bitte. Der ist schon... Sollte unterwegs sein. Blute. Es wird alles cool. Vorsicht, du rutschst gleich runter. Stopp, der kommt schon. Bleib da stehen einfach. Bleib da stehen. Ich bin am Bluten. Panagier dich. Der kommt gleich. Ich kann nicht. Gib mir die Schlüssel zu deinem Auto, dann helfe ich dir. Nein. Oh, Mann. Alle sind tot. Selbst Struppi. Selbst Struppi ist tot. Ich kann ihn nicht mal mehr anfassen und dann testen, ob er noch lebt. Vielleicht muss ich nochmal mit dem Auto mehrmals rüberfahren. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Helikopter wird nicht mehr kommen. Ich glaube, das klappt nicht mehr. Oh, Mann. Jetzt haben wir gleich drei Leute hier vorne verloren. So schnell kann es gehen, ey. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018